ja willkommen mein namen ist dann über die ort gesorgt zuletzt mit 22 in der letzten folge haben wir das land kennen betreten und jetzt versuchen wir verdammt noch mal unseren weg hier durch zu kämpfen zum gebiet aber irgendwelche probleme war ich für mich andauernd blöd normaler mensch kann kann ich nicht verdammt ich dachte ich habe so viele wege die ich benutzen kann und dann kommen wir immer so verdammte der kasse ist so gekehrt ja jetzt mal letzte objekt lauf afro frisur warum nicht da klungen funktionierendes zahnrad ok und ich habe keine trophäe bekommen hat heißt irgendwann muss noch ein gebiet nenn ich truff ihren titel weil hier einfaches mir auch was die objektliste für jedes gebiet abgeschlossen und ich habe bis jetzt jedes gebiet abgeschlossen hat heißt irgendein gebiet kommt noch und hier ist das heißt irgendein gebiet wird noch kommen und hier bin ich vollkommen falsch weil hier mich nirgendwo durch was er kommt nirgendwo durch das heißt dieses gebiet ist vollkommen für die katz dann gehen wir mal hier lang oder auch nicht ja schon mal gesagt dass hier komme ich gar nicht mehr weiter es muss ganz zurück wieder dadurch sind die gegner sind alle wieder neu gespawnt so dann gehen wir mal jetzt zurück weil hier ist dann auch falsch das heißt also nicht muss ich dann nennen so gut in szene gesetzte ort hier aber jetzt richtig nervig zu überqueren da kann ich mich durch ist ja am besten die ganze kart hier irgendwie notieren und wo nein dann hier jeden einzelnen ort hier notieren wo ich war und wo nicht und was weiß ich das ist schon was ich meine die fans ist power ok warum gehst du nicht nach der logik von leia kann ich nicht hier wo war die zahnräder verdammt dann komme ich aber irgendwie voran glaube ich ich komme total klar in diesem gebiet ich bin überhaupt nicht da ist schon wieder der anfang ich bin überhaupt nicht hier im kreis am laufen wir können wir durch mal mitnehmen dann gehen wir von hier aus nicht lang und ja von hier aus daran so hier vielleicht nicht hier auch schon ich komme mir gar nicht klar mit dem layout da war man noch nicht glaube ich ich habe mir sagt das oder so da kommt es darauf an von wo ich gekommen bin oder so da ist hier lang einfach wenn sie mal da okay lasse ich mir jetzt aber nicht entgehen ich habe ja immer noch wir haben neue mal mal mitzunehmen also vor gegen den netzkampf letzten boss kämpfen im letzten kampfen also war ich habe mir das einsetzen sollen weil sie so eine flächende anrufe gingen hat ich habe mir das einsetzen sollen weil sie so eine flächende anrufe gingen hat aber egal nein doch nein also ja ich bin ja noch mit da ist das ist auch maximiert so klar statt die staat ist jetzt wird er wieder ab da kommt ließ einfach ja mit der terror sehr gut gut gemacht er ließ generell ich eigentlich auch die freundschafts anzeige hoch diese verbundenen dinge einsetzt die verrunden müsste graz so hat sie doch wohl aus mir hat sich schlecht aus irgendjemand sind da draußen gerade feuerwerke war zum teufel wir haben februar nur ganz nebenbei so hier kann man durch da kann man wahrscheinlich nicht durch hey 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 now you're no water ja va die ich hier mag Da kommen alle her. Sie sind alle so schön an einem Ort. Also nicht so gut angeboten. Zack, das ist zu weit. Oder auch nicht. Ja, ist zu weit. Das ist mein Weg. Vielleicht kommen wir da zum Boss an, am Boss vorbei und wir haben keine Items mehr, keine Heilung und all so was. Hey, ich glaube, wir werden zurück. Was ist denn da? Da kann ich nicht lang. Ey, da kann ich nicht lang. Wir sind viel zu viele Wege. Ich konnte noch gar nicht gleich mit Vollverfahrt gerade. Ich glaube gar nicht, wie verwirrt ich jetzt gerade im Kopf bin. So. Oh man, da würde ich gut ausgehen. Wir waren in der Sackgasse, ne? Warum? Das ist auch nicht echt. Das hier ist echt. Ich weiß nicht, was ist das? Ähm. Ich darf ich da hin. Nicht so. Da haben die Typen, die tun mich hier auch voll aus dem Konzept wieder bringen. Ja, wer? Wer zauber, nee. Ich komme mir gar nicht klar. Ich habe mich mal an der Ahnung, ob ich hier richtig bin und was ich hier mache und was weiß ich. Ich gehe jetzt einfach hier den Weg zurück und komme von irgendeiner anderen Seite nochmal. Irgendwie komme ich nur erfolgreich zurück. Wahrscheinlich ist das auch richtig. Dann folge ich irgendeinen Weg, wo auch immer der hinführt. Dann komme ich irgendwann mal irgendwann an. Irgendwo. Hier lang? Ne. Geh weg. Mach. Hey. Du hast mich durch. Ja. Geh weg. Auch nicht lange. Ich komme immer weiter zurück. Da schon gleich wieder meine Truppe. Hey. Was ist denn hart? Boah. Zweite muss ich noch aufs Krim den Weg finden, weil ich keine Ahnung, ob ich hier hinkommen soll. Blöde ist, wenn ich hier mal wieder raus will, ist ja noch schlimmer. Da bin ich noch mal wieder raus. Ja. Guck mal da. Da bin ich noch gekommen. Da bin ich noch gekommen. Hier ist ein... Boah. Geh. Geh mal da lang. Da bin ich wahrscheinlich schon da gewesen. Wir leisten seltener Weg, an dem haben wir fertig. Das ist meine Frust auslassen. Oh Mann. Oh, komm mal her. Oh Mann. Oh, komm mal her. Da bin ich noch nie wieder. Vielleicht lernen können. Release. Nee, das hat nur dunkle Zauber und Lichtzauberlaut. Aber warum? Und. Kommland ist es. Die die, ob der gates of earth. Komm for the mein lightning for the main lightning. Dissang Sw threatened now und in den legneylande mit Tr Tampa Bay. chaotisch. Warum nicht oder Lutger vielleicht muss ich genau vor'r museum. Aber nein. Ich versuche mein gegner. 에도 kein gegner." erdament. Warum nicht. Jetzt wird er wieder ab? Und ich kann nichts machen. So, raus. .» ich bin traurbar weil er ließ jetzt in der terror oder irgendwie so war ein ja genau ja so viel ab wie er will nicht wenn wir indignation einsetzen genau kronos geld besiegt ja 3p für musikal wir gehen natürlich nicht neues bauen die geile tier wäre wenn ihr irgendwie so ein bach oder so rumlaufen würde ja ja lang ich komme mir echt gerade überhaupt nicht klar ich bin so überfordert hier ob wir da nicht war er geht auf den nerven oder ließ bleibt noch ab die schaft hat sind noch ein paar skelette nein wieder was ist da hinten meine katze ist zurückgekehrt goldblatt vier stück sehr gut sodann hier lang hier geht okay dann da lang geht nicht was zum teufel mir lang das geht okay dann das element jetzt da war ich noch nicht glaube ich muss sie so viel im hinterherz habe ich will richtig danke ja ich bin ja richtig oder jawohl war fortschritt dieser fortschritt noch ein bisschen noch ein ganz kleines bisschen also weiter vom ding was man ein muss von einigen ok was machen ich habe ja zwei gedruckt beiden ok aber auch du mal luca zwei gedruckt ich habe den krankteil gewechselt am ende aber egal muss ja immer so weit melodomatisches sagen wie la ok das hat aber gereicht da ist nicht richtig also da da ist eine sackkasse vielleicht ist dann aber wenn ich da hinkommen könnte so ich muss ja richtig sein oder ja ich komme langsam aber sicher dem übel näher da ist jetzt nur element erst oder wie dann auch noch 25 ich hatte besseres weil die 75 ganz am anfang der mich haben ganz schön überfordert dann hier und wir sind da glaube ich er wartet vielleicht doch vielleicht noch nicht kronos auf uns wer weiß vielleicht leite ich auch schon direkt danach den letzten kampf ein weil er doch gut wenn man mit allen anderen charakteren ausprobieren könnte was passiert wenn man den gegenüber steht oder dies leiter war für sich so was also dann geht man hinter mir ich wollte schon sagen ich bin jetzt der letzte kampf ne oh mein gott dann würde ich dann sagen machen wir in der nächsten folge ich stoppen jetzt noch irgendwie so habe ich noch irgendwie so habe ich noch irgendwie so habe ich gemüsestix und sowas nähe glaube ich nicht gemüsestix habe ich ja fünf kämpfe ja kommen wir bereichen ja da würde ich sagen wir betreten das hier in der nächsten folge wo vielleicht der letzte oder vielleicht auch nicht letzte kampf auf uns wartet ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge ich 시보i sie 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 Vielen Dank.